Willkommen zum Profiltalk auf SchauTV. Wir schauen rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Was ist denn am Cover? Um welche Themen geht es denn in dieser Woche? Bei mir zu Gast heute, Herausgeber Christian Reiner und Profiljournalist Robert Trechler. Schön, dass Sie beide da sind. Hallo. Wir schauen gleich mal auf das erste von zwei Themen, die wir heute aufgreifen, auf die Bundespräsidentenwahl am kommenden Sonntag. Und da gibt es bei euch im Heft ein Quiz. Ist das richtig, Robert? Wir haben uns gedacht, was könnte man zur Bundespräsidentschaftswahl jetzt noch machen. Wir haben einen langen, teilweise ein wenig ermüdenden Wahlkampf hinter uns. Und jetzt wollen wir mal sehen, was wissen wir eigentlich und vor allem was wissen unsere Leserinnen und Leser über das Amt des Bundespräsidenten, über die vergangenen Bundespräsidenten, über die Kandidatinnen und Kandidaten, die im Laufe der Geschichte angetreten sind und über viele nette und zum Teil auch lustige Aspekte. Wie seid ihr draufgekommen, da ein Quiz machen zu wollen? Weil wir so lustig sind. Nein, die Antwort ist so wiederhoben. Was macht man? Wir erscheinen als E-Paper am Samstagmorgen und wir erscheinen in der Hauszustellung am Sonntagmorgen, bevor es Wahlresultate gibt. Es gibt ein langweiliges Wikipedia, was alles gerade geschah und was geschehen wird, wollten wir nicht machen. Darum haben wir eine andere, magazingerechte Form gefunden. Man wird Resultate, Interviews, Analysen im Übrigen auf profil.at, also online, ab Sonntagnachmittag finden. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Fragen sind das denn und wie schwierig sind denn die Fragen? Für mich wird es auch schön. Jetzt wird auch die Fragen stellen. Es wird ein bisschen peinlich werden. Mit großer Freude werde ich das jetzt zur Illustration euch beiden stellen. Gut, dann probieren wir uns mal. Zum Beispiel die Frage, darf der Bundespräsident in seinem Büro in der Hofburg rauchen? Also nicht die Frage, ob er es tut, das wissen wir natürlich nicht, ich habe eine Vermutung, aber die Frage ist, darf er? Du redest mal von Zigaretten oder auch andere Dinge, ganz egal. Ich glaube nein. Ich glaube auch nein, das ist ein Bundesgebäude und ich glaube, dass im Bundesgebäude seit mehr als einem Jahrzehnt das Rauchen verboten ist. Es ist möglicherweise darüber hinaus noch, weil es unter Denkmalschutz steht, das glaube ich aber nicht, aber weil es ein Bundesgebäude ist. Und? Und? Das finde ich sehr schön. Ich bitte jetzt alle Zuseherinnen und Zuseher wegzuhören, die das Quiz dann noch selber auflösen wollen. Die Antwort ist falsch, dir gegeben. Nein, nein, nein. Er darf rauchen, weil die Präsidentschaftskanzlei hat eine eigene Hausordnung. Okay, und die Hausordnung ist das? Die Hausordnung gilt für dieses Gebäude und die Oberholt. Eure sehr, sehr korrekte Vermutung, aber eben letztlich doch falsch, dass eigentlich Amtsgebäude... Interessant. Dass man dort nicht rauchen darf, man darf doch. Hat Alexander von der Beeren geraucht drinnen oder ist er runtergegangen? Beides, glaube ich. Wahrscheinlich. Sicher hat er geraucht dort. Ich glaube auch. Da müssen wir spekulieren. In unserem Quiz gibt es nur richtige und falsche Antworten. Es gibt immer drei Möglichkeiten, drei Antwortmöglichkeiten und eine davon ist richtig. Wunderbar. Das ist so wie beim Zeilinger, das ist die dritte Möglichkeit, dann tote Katze. Okay, bitte noch eine Frage. Noch eine Frage. Es gibt ja diesmal keine Frau unter den Kandidaten, keine Kandidatin, aber es gab natürlich in der Vergangenheit schon einige. Die Frage wäre, welche Kandidatin verwendete den Slogan eine starke Frau für Österreich? Drei Antwortmöglichkeiten. Freda Meisner-Blau, Irmgard Gries, Barbara Rosenkranz. Barbara Rosenkranz. Ferrero-Waldner, die war jetzt nicht drauf. Die war nicht dabei, es müsste eine von den dreien sein. Meisner-Blau, Gries oder Rosenkranz? Meisner-Blau. Rosenkranz. Rosenkranz. Eine starke Frau für Österreich wäre sie gewesen. Ja, jetzt kriege ich nach der Schokolade. Aber es sind auch sehr ernsthafte Fragen, also es ist bunt gemischt. Eine Frage wäre zum Beispiel, welche Kompetenz hat der Bundespräsident nicht? Drei Antwortmöglichkeiten. Die Angelobung der Landeshauptmänner und Landeshauptfrauen, die Auflösung der Landtage und die Abberufung der Landesregierungen. Zwei oder drei. Zwei oder drei, ja. Ja, aber... Auflösung der Landtage. Ja, würde ich auch sagen. Abberufung der Landesregierung ist die richtige Antwort. Ei, ei, ei. Also wir müssen reinlesen. Er kann nachher auflösen. Wahnsinn, ich bin Jurist, lange her. Aber schauen wir mal auf die Wahl, jetzt wirklich am kommenden Sonntag. Viele sagen ja, oder auch die Umfragen prognostizieren einen Durchmarsch von Alexander Van der Bellen. Keine Stichwahl, wenn es eine Stichwahl werden würde, dann wohl mit Walter Rosenkranz. Wie schätzt du das ein, Christian? Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es eine Stichwahl geben wird. Das heißt, ich denke auch, dass Alexander Van der Bellen unter 60, aber weit über 50 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen bekommen wird. Wie du, glaube ich, dass Walter Rosenkranz an zweiter Stelle liegen wird. Ich fand es übrigens ein bisschen flapsig von ihm vor einigen Tagen, als er sagte, na gut, wenn es eine Stichwahl gibt, dann weiß ich nicht genau, was das Zitat war. Dann gewinne ich halt beim zweiten Mal. Hat Rosenkranz gesagt, oder? Nein, das war überraschend, das hat Van der Bellen gesagt. Aber es war der Wahlkampf einer der absurdesten, die wir erlebt haben. Ich meine, teilweise unter Anführungszeichen fast Spaßkandidaten dabei, oder? Das Problem war natürlich, es gibt einen Amtsinhaber, der von den großen Parteien, ÖVP, SPÖ, Grünen natürlich unterstützt wird. Das heißt, da ist ein wirkliches Vakuum entstanden. Es gab jetzt außer der FPÖ, die Walter Rosenkranz nominiert hat, keine Kandidaturen von großen Parteien. Das hat eine Lücke geschaffen und in diese Lücke sind verschiedene Kandidaten hineingestoßen. Die dürfen das natürlich so, das ist auch eine gute Sache in der Demokratie, aber dadurch haben wir natürlich Kandidaten bekommen, die Kraft ihrer eigenen Initiative Kandidaten wurden, oder von Kleinstparteien oder Kleinparteien und nicht die üblichen, sorgsam ausgewählten aus den großen Parteien. Das macht natürlich das Feld, sagen wir mal, bunt und originell und zum Teil auch ein bisschen seltsam. Aber ich fand es trotzdem total okay, dass das so abgelaufen ist. Nämlich nicht nur okay, weil es der Verfassung entspricht, sondern weil man schon viel lernen konnte. Man konnte zum Beispiel Walter Rosenkranz als einen Wolf im Schafspelz sehen, der ein rechter, deutschnationaler, freiheitlicher ist und sich als solcher nicht geriert hat. Man konnte die Verrücktheit des Vorsitzenden der MFG-Partei, also der Impfgegner sehen, oder den Kandidaten der Impfgegner sehen, der einmal mehr sehr, sehr viel Unsinn wiederholt hat. Man hat gesehen, wie Medienmacht in Österreich läuft, weil der Kolumnist Tassilo Valentin, der Kronenzeitung, da doch sehr stark war. Umgekehrt konnte man wiederum sehen, wie entlarvend Armin Wolf im ORF, aber auch andere Journalisten und Journalisten speziell mit ihm umgegangen ist. Für mich überraschend und durchaus positiv und vielleicht auch eine zukünftige politische Zukunft, habe ich bei Marco Pogo gesehen, dem Vorsitzenden der Bierpartei, der als solcher vernünftigere und besser nachvollziehbare Antworten gegeben hat, als so der eine oder andere Kandidat. Also dieser Wahlkampf hat durchaus beigetragen zum Demokratieverständnis im Lande. Ich würde noch eines sagen, zur Frage, wie es ausgehen wird. Ich habe jetzt keine andere Meinung als ihr, aber wenn die Zahlen stimmen, wenn die einigermaßen stimmen, dann habe ich wirklich Respekt vor den Umfrageinstituten. Denn die Bundespräsidentenwahl mit so vielen Kandidaten, die man nicht kennt de facto, also deren Chancen man nicht kennt, und wo man auch keine Rückfrage stellen kann, üblicherweise stellen Umfrageinstitute natürlich die Frage, wen werden sie wählen und wen haben sie das letzte Mal gewählt. Und aus dieser Korrelation kann man was ableiten. In dem Fall funktioniert das alles nicht. Das heißt, wenn die gut liegen, dann habe ich wirklich Respekt, wie die ihre Arbeit machen. Ich meine, wir haben unlängst erlebt, die Wahl in Brasilien, zwei extrem bekannte und durch viele Wahlen gegangene Politiker, Bolsonaro, Lula, treten an und die Umfragen sind völlig falsch oder sehr falsch. Jetzt ist es eine schwierige Wahl für Umfrageinstitute. Reinschauen ins Profil, da gibt es das Quiz und dann auf Profil.at natürlich auch die Wahlanalysen und die Zahlen. Die aktuellen kommen wir zu unserem zweiten Thema von heute, nämlich zu etwas Erfreulichem. Wir sind Nobelpreis, kann man sagen, oder? Wir sind Nobelpreis, aber uns für Österreich zu arrogieren, diesen Nobelpreis von Anton Zeilinger, wäre sehr österreichisch. Viele der Nobelpreisträger, nicht Trägerinnen, die österreichstämmig waren, waren vertrieben worden. Also das ist Anton Zeilinger hat den Preis bekommen. Und es ist auch nicht unbedingt jetzt Österreich oder das österreichische Umfeld, das das ermöglicht hat, sondern es ist wirklich die Person Anton Zeilinger. Ich kenne den ganz gut, da er in Traunkirchen am Traunsee, wo du unlängst warst, mit dem Tiefenrausch-Projekt, und in der Nähe bin ich aufgewachsen. Dort hat er eine Art Forschungsinstitut gehabt, jedenfalls ein größeres Büro, und ist viel dort. Und er ist so, wie man ihn schildert, er hat null Arroganz, er ist ein bisschen der verrückte Professor, und alles das, was er jetzt so von sich gegeben hat, seit er denn, also seit bekannt gegeben wurde, dass er einen Preis bekam, entspricht durchaus seiner Persönlichkeit. Also zugänglich für jeden, geduldig, auch geduldig im Erklären von Dingen, die man eigentlich nicht leicht erklären kann. Quantenphysik, da kommen wir. Ja, dann kommen wir gleich noch dazu. Aber Robert, was heißt das auch für die Wissenschaft in Österreich? Rückt ihr jetzt wieder ein bisschen mehr ins Licht, da, wo sie eigentlich hingehört? Kurzfristig auf alle Fälle. Ich meine, Zeilinger hat sich immerhin bedankt dafür, für die Unterstützung, die er in den vergangenen Jahrzehnten erfahren hat in Österreich. Klar, er wird in dem Moment, wo er gerade diese unglaubliche Ehrung bekommt, wird er jetzt nicht herziehen über die Wissenschaftsförderung in Österreich. Aber er hat auch gesagt in einem Interview, dass er eigentlich denkt, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die heute ein Projekt einreichen, das gut begründet und interessant ist, dass die auch Förderungen bekommen würden. Schauen wir auf die Quantenphysik. Du kennst dich wirklich auch ein bisschen aus mit Quantenphysik, ist das richtig? Ich bin kein guter Mathematiker und darum ist Auskennen vielleicht das falsche Wort, beziehungsweise in, Bezeihung, in unserem Alter. Wir sind zu alt, um Mathematik zu verstehen. Aber ja, ich habe in den vergangenen Jahren wirklich viele Bücher über Quantenphysik, über Nanophysik und über Astrophysik gelesen. Ich verstehe die mathematischen Formeln kaum, kann gerade noch nachvollziehen, was eine imaginäre Zahl ist. Aber es ist schwer zu erklären, aber irgendwie ist Astrophysik für einen Agnostiker oder Artisten für mich so ein bisschen ein Fenster zu dem Unsagbaren, weil ich jetzt sagen würde, an unsere Grenzen hat das Wort Grenze keine Bedeutung. Aber es erweitert den Horizont in vielfacher Weise. Ein Beispiel vielleicht, wir hören alle von der Heisenbergischen Unschärferelation, ist in Wahrheit nicht Unschärfe, das Wort ist schon falsch, aber es glaube ich Unbestimmtheitsrelation heißt. Aber unser Glauben, dass es Kausalität gibt, ist einfach falsch. Also dass eine Sache etwas anderes bewirkt, das ist nur statistische Wahrheit. Noch ein Beispiel, wir sprachen gestern darüber. Wir wundern uns darüber, oder wir wundern uns nicht, weil ihr euch nicht damit beschäftigt, dass Neutronen ohne jeden Widerstand durch die Erde durchgehen. Hängt damit zu sein, dass wir im Endeffekt zu 99,99, zu einem sehr, 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 sehr hohen Bestandteil aus etwas verkürzt gesagt Luft bestehen. Also da geht alles durch. Wir merken es noch nicht, weil wir draufklopfen können. Aber das Spannendste ist wirklich, Kausalität ist etwas, woran wir glauben, aber es ist nur Korrelationsstatistik. Eine der Fragen natürlich auch jetzt, ob vor allem jetzt junge Menschen auch für die Wissenschaft und für die Physik auch begeistert werden durch diesen Nobelpreis von Anton Zeilinger. Besteht da eine Möglichkeit, dass das jetzt eben, wenn es so hochgespielt wird, oder auch zu Recht hochgespielt wird, dass da junge Menschen wieder zur Physik finden? Ich hoffe es. Ich habe meinem älteren Sohn, dem wollte ich ein Video zeigen, so ein Erklärvideo für Dummies über Quantentheorie. Und er hat das sofort weggewischt und hat gesagt, genau das erzählen Sie uns gerade in der Schule. Was mich sehr gefreut hat. Also offenbar reagieren die recht rasch, wenn sie es nicht sowieso schon vorgehabt haben, und machen das. Es gibt eine lustige Geschichte mit dem Zeilinger. Der war einmal ein Teil der Ausstellung, der Documenta in Kassel, dieser Ausstellung für eigentlich moderne, extrem progressive Kunst. Und in einem Raum war der Zeilinger mit seinen Assistenten, und die haben dort ein Experiment gemacht. Und ein Mann ist zu ihm gegangen und hat dann gesagt, ich bin jetzt den dritten Tag da und ich habe es immer noch nicht verstanden. So ein bisschen vorwurfsvoll. Und der Zeilinger hat geantwortet, im nächsten Raum werden Sie die Bilder auch nicht verstehen, und dort beschweren Sie sich aber nicht. Er hat auch diese, auch Kunst ist natürlich auf dem Niveau nicht so leicht nachzuvollziehen, und ähnlich ist es natürlich noch mehr mit der Wissenschaft. Aber nicht mit mathematischen Formeln beschreibbar, die wir nicht verstehen. Klar, es gibt wesentliche Unterschiede, aber wir können vor beiden Dingen ein wenig wie die Kuh vom neuen Tor stehen. Dann Dankeschön euch beiden. Schauen Sie rein ins neue Profil. Alles über Anton Zeilinger und das Bundespräsidentschaftsquiz, das sehen Sie da drin. Schauen Sie rein wie auch für uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.